So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning-Meeting heute am Freitag, den 5. März 2021. Wir wollen uns wie gewohnt einen Blick auf die Märkte gönnen und uns die jüngsten Trends mal anschauen, die sich jetzt beginnen zu etablieren. Gestern kam noch eine Frage im Hinblick auf den, ja, da sollte man ihn BUS-IPO nennen. Ja, das ist ja nicht wirklich ein IPO. Es wurde ein ETF online gestellt bzw. handelbar gestellt, der, was macht, im Grunde genommen Social-Media-Trends analysiert. Und in dem Zusammenhang dieses im Grunde genommen dann ausgehend von diesen Trends eben handelbar macht auf breiter Basis. Also, das bedeutet, was anders formuliert, was da passiert ist, dass da Keywords analysiert werden, die halt Trenden, zum Beispiel bei Twitter oder auch bei Reddit, dass bestimmte Aktien, jetzt Stichwort GameStop, AMC, TripleBY und dergleichen. Also, diese Titel, die jetzt sehr heiß gelaufen sind, so Jahresbeginn ganz besonders, wo diese Short-Squeezes auf den Weg gebracht worden sind, dass diese Titel, hashtag, wie gesagt, AMC oder hashtag GME oder wie auch immer, dass diese im Grunde genommen getrackt werden und ausgehend davon dann eben diese investierbar gemacht werden und zwar über einen ETF, wo die dann gebündelt werden in einem Basket und dann eben ausgehend von diesem Basket eben Tradern die Möglichkeit gegeben wird, die heißesten Trends im Grunde genommen zu catchen und diese heißesten Trends zu traden. Ich habe in dem Zusammenhang jetzt gerade eben beim Frühstück mit meiner Frau gemeinsam ihr diese Idee eben kurz mal so dargelegt und wollte mal gucken, ob ich da eine Reaktion trigger in irgendeiner Form und wenn man sah das dann so am sich leicht verkräuselnden Gesichtsausdruck, wo sie dann so sagt, Privatanleger, das ist doch sowas, das ist doch Sentiment, hast du dazu nicht mal irgendwie was geschrieben oder so? Das ist doch auch immer so ein Thema, ne? Ja, ja, da sieht man, meine Frau hat das tatsächlich Korrektur gelesen und hat ihren Input da auch gegeben. Also, Stichwort BAS und ETF in diesem Zusammenhang und dieses Tracken von Hashtags, das ist zwar ein nachvollziehbares Konzept, ist auch tatsächlich etwas basierend, worauf man tatsächlich profitable Handelsideen formulieren kann. Zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Buch Unknown Market Wizards, das ist jetzt ein Buch, welches dann im Laufe des letzten Jahres erschienen ist. Ich bin nicht ganz sicher, wann, aber es war in der zweiten Hälfte, glaube ich, von Jack Schworger. Der hat ja die Market Wizards Buchreihe, also Magier der Märkte, hat er ja diese Interviews mit Top-Tradern, hat er begonnen Ende der 80er Jahre zu erstellen. Das hat sich immer weiterentwickelt und jetzt kam eben dann seinerseits, ich glaube ab 2019, ging auch bei LinkedIn damals, ging eine Umfrage auch seinerseits rum, wonach eben man sich melden konnte mit einem entsprechend verifizierten Track Record, beziehungsweise an bekannte Trader melden konnte, die man selber vielleicht kennt mit einem verifizierten Track Record, die dann eben nach bestimmten Kriterien von Schworger ausgewählt werden und dann interviewt werden. Und in diesem Zusammenhang, ich muss ganz kurz übrigens mal schauen, kurzen Augenblick, ich habe heute Morgen doch den Link geteilt gehabt, ich gucke da mal ganz kurz, ein Augenblick, Mitteilungen, ich glaube der Michael, ja hier, da habe ich den Link, ein Augenblick. Link, Bildadresse nicht, Adresse des Links kopieren. So, ich stelle das mal hier rein, Unknown Market Business, das ist zwar der englische Titel, aber ich habe gerade festgestellt, dass es das auch auf Deutsch gibt. So, jetzt möchte ich mal kurz gucken, ich hoffe, aber der Link da sollte das eigentlich sein. So, und das ist das Buch, also die unbekannten Magier der Märkte, wie gesagt, das englische Fassung lautet Unknown Market Business. Und einer der hier in diesem Buch thematisierten Trader ist Chris Camillo. Chris Camillo, dem kann man auch bei Twitter folgen und der Chris Camillo, der hat einen Ansatz, der wird von Schworger sehr, sehr viel sagen fast, möchte ich sagen, in dem Zusammenhang hier damit gesagt, dass er sagt, es gibt technische Analyse oder Trading basierend auf technische Analyse, es gibt Fundamentalanalyse basierend auf Fundamentalanalyse und Chris Camillo hat weder das eine noch das andere, der hat einen eigenen Ansatz im Grunde genommen erdacht und der basiert eben auf Social Trends, in Anführungsstrichen. Also, das ist jetzt sehr, sehr grob gefasst, aber was der im Grunde genommen macht, ist, der analysiert eben ausgehend von einem entsprechend eigens entwickelten Tool und unserer Firma hat ein Tool entwickelt, welches eben diese Trends captchert und das dann entsprechend ausliegt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der vielleicht in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise mit seiner Firma da im Hintergrund vielleicht sogar beteiligt sein könnte an diesem ETF und der Auflage dieses ETFs, weil das sehr ähnlich klingt auf jeden Fall. Also, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Und was dann in dem Zusammenhang eben tatsächlich passiert ist, dass der ausgehend von eben anderen, darüber hinausgehenden Analysemethoden zum Beispiel, eben versucht, diese Trends frühzeitig zu erkennen, sondern das dann auch im Einzeltitelbereich und zum Beispiel dann Fundamentalanalysen untradet. Und, naja, also, der scheint damit sehr erfolgreich gewesen zu sein, hat er, glaube ich, aus einem kleineren Konto, fünfstellig, also kleineren Konto heißt in dem Fall fünfstellig, kleineren Relation zu dem, was er heute hat, hat er halt ein zweistelliges Millionenkonto ertradet und das innerhalb von roundabout 10, 15 Jahren. Ich glaube, also, nach der Dotcom-Bubble, den Platzen, den ersten Spuren, die sich damals verdient hat, ist das da relativ, ja, dramatisch, parabolisch eben angestiegen. Und der Track-Record spricht halt für sich. Und, wie gesagt, wenn ich Social Trends und dieses Hashtaggen und dergleichen, wenn ich das halt höre, dann ist das so der erste Gedanke, der da bei mir getriggert wird in dem Zusammenhang. Ja, natürlich, also, nicht, dass man das falsch verstanden wird. Ich habe jetzt nur im Zusammenhang mit GameStop, habe ich das gemacht, um einfach die Idee da zu triggern. Also, nicht, dass das falsch verstanden wird an Michael. GameStop ist nämlich beispielsweise nicht da drin. Also, das, wie gesagt, das ist ein bestimmter Algorithmus, der da eben entsprechend läuft. Und GameStop hat auch dahingehend eben sicherlich eine Besonderheit, weil dann auch eine entsprechende Positionierung seitens der großinstitutionellen, in Anführungsstrichen, also ausgehend vom Short-Interest, da eine Rolle gespielt hat und dergleichen. Aber einfach, um die Idee dahinter zu bekommen. Also, was das mit diesen Social Trends auf sich hat und wie weit es dort eben in diesem Zusammenhang schon gelaufen ist. Ja, also, Fakt ist auf jeden Fall einmal, wer sich dazu näher mit beschäftigen möchte, wie gesagt, dem sei die Lektüre des Buches Die unbekannten Marge in der Märkte oder englische Fassung Online Market Wizards, hier dieses gelbfarbene Buch, eben empfohlen. Besonders das Interview in dem Zusammenhang mit Chris Camillo, der da in diesem Zusammenhang sehr tätig ist und sehr großen Erfolg hatte und sehr wahrscheinlich auch haben wird. Denn das ist nämlich genau der Punkt, dass man das nicht unterschätzen sollte, dass man aktuell ein Marktumfeld besonders vorfindet, welches halt sehr, sehr emotionsbasiert ist. Besonders wenn Retail-Trader, Privatanleger ausgehend von ihren Emotionen sich am Markt eben tummeln, kommt es ganz natürlich zu, wie soll ich sagen, Fehlbewertungen des Marktes. So kann man es vielleicht ganz gut eben nennen. Und diese Fehlbewertungen des Marktes, die kann man profitabel handeln. Also, das ist definitiv möglich. Das ist natürlich eine ganze Menge Gehirnschmalz, den du reinstecken musst. Und in gewisser Form kann man sich auch vorstellen, dass desto mehr jetzt auf diesen Trend aufspringen, desto kleiner wird eben die Edge. Also, das bedeutet, anders formuliert, wie Camillo jetzt im Grunde genommen aus seinem 5-stelligen Konto da einen 2-stelligen Millionenbetrag zusammengetradet hat. Also, übrigens, wir können mal draufschauen. Also, damit man auch eine Vorstellung von dem vielleicht hat. Bild hat er auch. Chris Camillo. Und ich möchte aus einem ganz bestimmten Grund auch auf sein Konto gehen, damit man mal eine Idee bekommt. Also, das ist nicht nur erzählt, sondern das ist auch wirklich real. Und was er hier gemacht hat, ist zum Beispiel mit AMC, hat er eine Position aufgebaut mit 100.000 Aktien, hat 1,2 Millionen hier, ausgehend von dieser wahnwitzigen Squeeze zu Beginn des Jahres gemacht. Und das ist das, warum ich das zum Thema mache. Es geht hier nicht um den monetären Aspekt, der ist tatsächlich nur nebensächlich. Er hat 100% dieser Position eben hier gespendet, also einem wohltätigen Zweck zukommen lassen. Das heißt also, bei dem Herrn geht es weniger um den monetären Aspekt eben in diesem Zusammenhang, als jetzt wirklich auch um Gutes dann mit seinen Erkenntnissen hier in diesem Zusammenhang zu tun. Also, das finde ich, ich finde sowas beeindruckend. Also, sowas ist, sowas gefällt mir einfach richtig gut. Und fragt halt jetzt hier in der Community, zu welchem Zweck er das entsprechend spenden soll, dass man da entsprechende Vorschläge macht und dergleichen. Das ist von, ja, 27. Januar, also AMC, GME, Triple BY und so weiter, eben die entsprechenden Entwicklungen. Und, also, das ist der Herr dahinter. Hier sieht man das englischfarbige Buch, äh, das gelbfarbene, englischsprachige Buch. Und das einfach mal so als Idee, ja, dass man da vielleicht auch eine Idee bekommt. Und das ist das, worauf es aufbaut. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, und deswegen mit meiner Frau drüber gesprochen, wie gesagt. Was in diesem Zusammenhang natürlich auch ganz interessant ist, ist, dass man sich vor Augen führen muss, wir haben aktuell dahingehend ein spezielles Fenster, dass eben tatsächlich durch den zur Verfügung gestellten Hebel und das Interesse der Retail-Trader und dergleichen natürlich solche Trends sich in einem kurzen Zeitfenster sicherlich profitabel traden lassen. Ich muss allerdings sagen, dass da bei mir immer auch im Hinterkopf mitschwebt, dass das so erfahrungsgemäß fast schon, möchte man sagen, die Endzüge eines Zyklus sind, der dann mit einem großen Knall und, ähm, wie ein, ein, äh, gleißender Schein am Himmel uns früher oder später eben, äh, der verglühen wird. Also das bedeutet etwas anders formuliert, diese Social Trends und dergleichen, ähm, die sind sicherlich kurzzeitig interessant und dann auch eventuell profitabel handelbar. Wenn solche ETFs aber jetzt bereits eben aufgelegt werden, mit den entsprechenden dann auch Millionen Zuflüssen an Geldern, die da reinfließen, ähm, dann wird früher oder später nicht nur die Edge verschwindend gering, sondern es wird früher oder später auch wieder das klassische Zurückpendeln in Richtung des Normals geben, nämlich dahingehend, dass Privatanleger jetzt nicht so zu den bestinformiertesten, ähm, ähm, Marktteilnehmern zählen und dass diese eben besonders, wenn sie dann ungeübt sind und nicht im übertragenen Sinne wissen, was sie tun, ähm, eben tatsächlich eher auf der falschen Seite dieser Trades landen. Und, äh, das ist eine, eine Entwicklung, die auf jeden Fall auch in diese Sorge mit rein spielt, dass da früher oder später erst mal zu einem ganz, ganz empfindlichen Knall kommen könnte. Und das führt uns tatsächlich jetzt folgerichtig, möchte man fast schon sagen, folgerichtig zu den Entwicklungen, die wir jetzt hier, ähm, gestern wieder erneut zu sehen bekommen haben. Im DAX spiegelt sich das gar nicht so wirklich wieder, ähm, allerdings, wenn man auf den Tech-Bereich guckt, mal kurz gucken, wo habe ich den hier, ähm, ähm, und den Drop, den wir gesehen haben im Nasdaq gestern, wir können nochmal auf den Daily gehen, äh, dann sieht man, da kam gestern erneut starker Abgabedruck auf und diese bärischen Vorgaben, die sich hier durch diesen schwachen Schluss, ähm, Mittwoch war es, ähm, gezeigt haben. Dieser Schluss unterhalb der Vorwochentiefs, unterhalb der Tiefs, die am letzten Freitag dann nochmal, ähm, markiert worden sind, ähm, diese, diese Abschläge haben sich weiter fortgesetzt. Gestern der Tech-Bereich wieder sehr stark unter Druck gewesen. US-Zinsen zeitgleich, ähm, weiterhin auf dem Vormarsch wieder zurück über 1,5 Prozent. Das ist nicht viel, das sind 5, 6, 7 Basispunkte, die eben 10-jährige Zinsen gelaufen sind, aber ausgehend eben von der Größe des, ähm, Schuldmarktes und ausgehend auch von den massiven Liquiditäts, ähm, ähm, Spritzen, die da seitens der FED, EZB und so weiter zur Verfügung gestellt worden sind, ähm, hat es dann eben diesen Spike gegeben, der dann weiteren Abgabedruck getriggert hat und, ähm, der im Gesamtkontext nicht zu unterschätzen ist, der die Bewegung beschleunigt hat, die wir, wie gesagt, ähm, eigentlich im Morgen, also morgens zum Morning-Meeting skizziert hatten. Und, ähm, wir sind jetzt in einem Bereich gelaufen, der sich als interessanter Long-Trigger-Bereich auf jeden Fall herauskristallisiert. Also aktuell kann man vielerorts kann man sehen, dass, ähm, sich ein Bias beginnt zu etablieren, besonders wenn man der Finanzberichterstattung eben hier folgt. Ähm, du kannst ein Bias entwickeln, äh, oder feststellen, wo wirklich jetzt dieser Crash-Gedanke beginnt, eine Rolle zu spielen. Ähm, und wo die Marktteilnehmer wirklich anfangen, nervös zu werden, ob die Party, auch besonders im Growth-Stock-Bereich, eben tatsächlich vorbei ist. Gestern zum Beispiel haben wir auch wieder im Bereich NIO zum Beispiel hier, sind wir unter die 40er-Marke gerutscht. In dem Kontext, ähm, das ist, ähm, das ist dieser, dieser chinesische Konkurrent, direkte Konkurrent, von dem wir gestern ja gesprochen hatten, im Zusammenhang hier mit, ähm, Tesla, der chinesische direkte Konkurrent von Tesla im chinesischen Markt eben, der sich seit, im Grunde genommen Anfang Januar hier in einem, ähm, jetzt Korrektur-Modus wiederfindet. Ich habe gestern einen Versuch gestartet von der Long-Seite. Ich habe einen tatsächlich hochprofitablen Trade in diesem Zusammenhang auf den Weg gebracht. Allerdings, ähm, bin ich froh, dass ich so verfahren bin im Bereich um den Exit des Trades, ähm, wie das, wie ich es dann tatsächlich getan habe. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Ich habe tatsächlich, ähm, gestern diesen Drop hier auf dem Schirm gehabt, den initialen Pop nicht unbedingt. Da war so ein bisschen die Frage, ähm, als wir uns oberhalb der 40 haben präsentieren können, als die Eröffnung oberhalb von 40 stattgefunden hat. Wir haben es schwächer eröffnet schon, also im Vergleich zum Vortagesschlusskurs, ähm, lagen also hier mit mehr als 3% schon unter Wasser, also Downgap entsprechend. Und, ähm, die 40 war so ein, ähm, für mich Make-or-Break-Level in Anführungsstrichen. Also das war so eine Art Inflection-Point einfach für den Tag, wo ich sage, oberhalb könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht jetzt, ähm, erstmal eine schärfere Gegenbewegung sehen. Unterhalb bin ich eher nochmal willens, eher die Short-Seite zu spielen, beziehungsweise eine tiefere Korrektur zu sehen, bis in Gefilde dann der letztjährigen November- bis Dezember-Tiefs im Bereich um 38. Das ist tatsächlich diese untere blaufarbene Linie, um die wir jetzt aktuell auch im Pre-Markt hier derzeit traden. Und, ähm, jetzt war es dann eben tatsächlich so, dass ich gesagt habe, oberhalb von 40 möchte ich eigentlich ungerne sehen, weil, ähm, ich sehe auf der Oberseite dann wiederum nicht so viel Optimismus aufkommen, ähm, dass es sich Chancen-Risiko-Verhältnis technisch wahrscheinlich rechnen wird. Also ich möchte da ein CRV haben, was deutlich besser 3 zu 1 ist eigentlich für so ein Trade. Und deswegen war ich sehr dankbar dafür, dass wir dann diesen, ähm, ähm, tieferen, tieferen Push gesehen haben, mit dem Rutsch auch unter die 40. Und was ich dann gemacht habe, war, ähm, ich habe eine, eine Buy-Limit auf der, ähm, auf der, ähm, 38 hier platziert, mit einem Stop von 50 Cent, das waren 15% ATR. Und ich habe tatsächlich hier in diesem Bereich, habe ich den Fill bekommen, sogar mit negativer Slippage, weil die Dynamik doch relativ, ähm, äh, positiver, verzeihung ich, negativer Slippage, positiver Slippage, ähm, weil diese Dynamik, mit der wir hier runtergerutscht sind, doch ab 16 Uhr ziemlich heftig war. Das hat man auch gesehen, der Spread hat sich verhältnismäßig weit ausgedehnt. Normalerweise ist, ähm, der recht eng, der ist hier teilweise auf 20 Cent aufgepoppt. Und, ähm, diese, dieses Illiquidumfeld, was wir hier gefunden haben, ähm, ähm, das hat mich dann eben glücklicherweise in die Position gebracht, hier mit positiver Slippage in dem Bereich getriggert zu werden, um, jetzt müsste ich ganz genau in meine Aufzeichnung schauen, aber ich glaube 37, 96 war es, 37, 94, so in dem Dreh auf jeden Fall, also knapp unterhalb der 38 auf jeden Fall. Und was natürlich, ähm, unglaublich interessant ist in dem Zusammenhang, da kommen dann einige technische Aspekte zum Tragen. Ich will mal hier kurz das Volumen zum Einzeigen, aber ganz besonders den, äh, WeWarp möchte ich an der Stelle zeigen. Ähm, ich schaue mir jetzt in diesem ganz kurzfristigen Trading-Bereich, wenn ich das, ähm, Intraday-Trader, auch besonders zum Open, schaue ich mir an, wie wir in Relation zum WeWarp handeln. Und, ähm, wir haben, äh, also ATR-technisch in Relation zum WeWarp, so, ähm, wenn wir eine ATR haben für die letzten 22 Handelstag, an der Stelle von 4 Dollar, 4 Dollar 30 sind es tatsächlich ziemlich genau, deswegen auch 15 Prozent ATR, ähm, das entspricht eben ungefähr 60 Cent Stop, ähm, in dem Fall, also nur, dass man, dass man eine Idee bekommt, wie ich auf den Stop dann auf der Unterseite komme. Und, ähm, warum ich diesen Bereich kaufen möchte, wie gesagt, das hat damit zu tun, weil ich es erstmal charttechnisch identifiziert habe, aber es ist eben auch so, dass du rein technisch hier in diesem Zusammenhang dir schon die Frage stellst, wenn wir uns den Gesamtkontext betrachten, die letzten Tage einfach mal, ähm, Moment, wo haben wir das denn jetzt da? Ähm, wenn wir uns das mal hier betrachten, wie stark wir schon korrigiert sind, hier seit einfach eigentlich den Februarhochs, das ist der Bereich um 65, noch 64, 60 gehandelt, jetzt in der Tief, im Tief über 30 Prozent Tiefe, also sehr, sehr tiefe Korrektur. Wir korrigieren im Grunde genommen alle Aufschläge, die wir hier ab Mitte Dezember zu sehen bekommen haben, die uns auch auf neue Allzeithochs geführt haben. Und das in dem Zusammenhang, dass wir einen verhältnismäßig soliden Datensatz immer noch bekommen, also Datensatz, sprich Earns Release gesehen haben. Die haben, also Nier hat ja am Montag nachbörslich, haben die Zahlen veröffentlicht. Die waren jetzt nicht bombastisch gut, also und besonders auch der Umstand, dass die halt, ähm, damit darauf hinweisen, dass dieser Halbleiterbereich eventuell, ähm, Shortages sieht, also das heißt Lieferengpässe und infolgedessen man nicht ausreichend, ähm, oder so wie ursprünglich geplant für das zweite Quartal eben, ähm, Elektro-Regels produzieren kann. Ähm, das ist alles andere als positiv, aber dennoch haben die eine verhältnismäßig solide sogenannte Revenue Guidance ausgegeben. Also das, was dennoch, ähm, erwartet wird seitens des Marktes, beziehungsweise was man in Aussicht gestellt hat, wie man sich da umsatztechnisch eben präsentiert. Und deswegen passt das nicht ganz zusammen, also beziehungsweise es sieht so aus, als wenn wir auf der Unterseite sehr, sehr stark überdehnt einfach, ähm, ähm, sind. Und dann habe ich eben in Folge dessen, habe ich gesagt, die 38 ist aus dieser Perspektive ein ganz interessanter Bereich, weil es schon das Risikoverhältnis technisch interessant. Das gilt besonders aber auch, wenn wir uns überlegen, dass wir ausgehend von den da markierten Intraday-Tageshochs, mit einem Zug im Grunde genommen abverkauft worden sind, in diese Gefilde um die 38 und hier nichts anderes sehen, als eine ATR-Move innerhalb von roundabout einer halben Stunde. Und das ist einfach extrem überdehnt auf der Unterseite und schreit in Anführungsstrichen fast schon danach, dass wir da einen Bounce zu sehen bekommen. Ähm, und ich habe, ich habe halt in Anführungsstrichen das Glück gehabt, dass diese Entry wirklich optimal war. Ich habe, ähm, eben den Trade innerhalb weniger Minuten, das hat 5, 6 Minuten gedauert, sofort mit 2 eher im positiven Territorium gesehen. Und habe dann in diesem Zusammenhang halt die Teilgewinnmitnahmen so gestaffelt, dass ich gesagt habe, ich nehme 50% bei einem Retest von WeWarp um 40 raus. Die 40er-Region auch deswegen, weil wir hier in dem ersten Schub auf der Unterseite, den wir hier gesehen haben, in diesem Bereich konsolidiert haben. Also man hat gesehen, da war aus wahrscheinlich psychologischer Perspektive einfach eine entsprechende Nachfrage. Und ich habe dann den zweiten Entry gewählt, um die 41 war es. Also das heißt, ich hatte ursprünglich überlegt, ob wir vielleicht, ich kann das mal ganz kurz hier zeigen, ob wir vielleicht einen Retest zu sehen bekommen, eine Abwärtstrendkanalbegrenzung, die wir da ausgebildet hatten, ausgehend von einer kurzfristigen Abwärtstrendkanalbegrenzung. Ich muss mal kurz schauen. Der gestrige Verlauf. Ne, ne, Moment, Verzeihung. Ne, 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 hier. Das sind jetzt 15 Minuten, Scheiße, da muss ich ein bisschen aufpassen. So, also wenn ich diese Hochs hier miteinander verbinde, dann kann man das erkennen, dass hier so dieser Bereich, also wenn man den ein bisschen großzügiger zeichnet, das ist nicht ganz sauber, dann sehen wir tatsächlich sogar Potenzial bis 42, 50. Das sind bis zu dem Zeitpunkt die Tageshochs gewesen, vielleicht sogar bis in den 43er-Bereich. Und ich hatte mir dann aber die Frage gestellt, ob das nicht eventuell ein bisschen sehr optimistisch ist mit dem Ziel und habe den dann nach unten angepasst. CAV-technisch ist das natürlich ein bisschen schlechter geworden, aber immer noch für den Trade-Gedanken insgesamt hochattraktiv. Und wir haben dann in der Tat nicht in diesem Zielbereich angelaufen. Das war dann zum Beispiel ein 75% ATR-Move hier an der Stelle, wo wir auch schon wieder der Kehrseite sagen müssen, in einem so schwachen Umfeld sind auch wieder dann in dem Fall 3 Dollar, die wir in einem Zug wie so ein V laufen. Hier eventuell etwas, was auch zu einer Teilgewinn-Mitnahme einem rät. Und was wir dann aber sehen können, und das hat sich dann in der Folgestunde hier herauskristallisiert, war tatsächlich Schwierigkeiten, die 41 rauszunehmen. Und da wusste ich an der Stelle, dass es jetzt wahrscheinlich hier das Beste war, wirklich den Detrade rauszunehmen, selbst wenn ich den aufgesplittet hätte und gesagt hätte, ich habe jetzt hier in den WeWarp 50% und habe dann nochmal eine Teilgewinn-Mitnahme 25% und den Rest halte ich halt vielleicht über die Folgestunden vielleicht in der Erwartung, dass wir wirklich einen sehr tiefen Lauf zurück über die 40% zu sehen bekommen, infolge eben einer Aufhellung im Tech-Bereich, wie auch immer, weil der ja auch die letzten Tage sehr, sehr stark unter Druck geraten war. Ich habe, wie gesagt, hier habe ich diese Position komplett liquidiert und dann sehen wir eben den Rollover. Nachdem wir hier einen kurzen Versuch nochmal gestartet hatten, die 41 rauszunehmen, sehen wir eben diesen Rollover und sind dann eben sogar nochmal in den Bereich der 38% und noch leichter drunter gelaufen, haben den aber nicht unterschritten. Also daraus können wir zum Beispiel jetzt den Rückschluss ziehen, das ist ein signifikanter Bereich, vielleicht auch für die folgenden Tage. Also sprich, anders formuliert, für heute besonders, wenn wir jetzt im Pre-Market bereits um 38% gehandelt werden, natürlich jetzt mit sehr dünnem Volumen, aber das ist etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte, dann wird es sehr interessant zu sehen sein, ob wir vielleicht kurz mal zum Open 15.30% diesen Flush unter die 38% zu sehen bekommen, also die gestrigen Tagestiefs oder 37.50, dann aber die Aktie Rebit sehen. Also das bedeutet, dass wir kurz runterflaschen, aber dann zügig wieder zurückgekauft werden und oberhalb schließen und sobald das stattfindet, könnte das ein Indiz dafür sein, dass wir zunächst einmal nach unten jetzt abgeladen haben, also beziehungsweise keinen weiteren Abgabedruck eben dann erwarten sollten. Also das im Zusammenhang mit NIO und ganz kurz, wie ich dann diese übergeordnete Situation im Tech-Bereich gestern mitbekommen habe. Wie gesagt, ich hatte meinen Trade hier in einem verhältnismäßig ruhigen Umfeld eben, oder ruhig in Anführungsstrichen, ich habe den Abgabedruck sicherlich gesehen, aber die Gesamtkonstellation, die hat mich hier halt kurzzeitig für die Long-Seite Chancelisiko-Verhältnis-Technisch in Anführungsstrichen begeistern können. Nichtsdestotrotz, diese weitere Entwicklung, die war halt durchaus etwas, was zur Sorge mahnt, wo ich mir aber jetzt weiterhin erstmal die Frage stelle, ob wir jetzt nicht eventuell nach unten fertig sind. Ausgehend, wie gesagt, und dann gehen wir nochmal auf den Nasdaq, wo habe ich den hier, wo wir jetzt nämlich einen potenziellen Long-Trigger-Bereich einfach angelaufen sind. Und hier eben einen Trigger-Bereich für Long-Engagements vielleicht sehen, wo der sich auch gut einpflegt, einfach in diesen, ja, Panik-Modus ist es noch nicht, aber zumindestens mal in diesem Modus, dass man jetzt glaubt, okay, wow, die Zinsen, wenn die weiter ansteigen, das könnte eben nochmal eine zutiefst stärkere Beschleunigung aus Growth-in-Value nach sich ziehen beispielsweise und infolgedessen dann vielleicht sich auch ein Sentiment-Extrem auf der bärischen Seite aufbaut, welches hierfür eher für eine Gegenbewegung aus diesen Gefehlten eben spricht. Was ganz interessant ist, das ist vielleicht wichtig an der Stelle, das müssen wir beobachten oder da sollten wir einen Blick drauf werfen, der Trigger gestern für diese Entwicklung am Zinsmarkt und dann auch den Push von Gold zum Beispiel unter die 1700er-Mark, aber wie gesagt eben auch diese Beschleunigung im Tech-Bereich, der wurde geliefert von einem, oder einigen Kommentaren, also gestern einer Rede von Jay Powell, der, also ich nehme jetzt gar nicht die einzelnen Aspekte der Rede, will ich gar nicht aufgreifen, weil er hat eigentlich nichts gesagt, was wir nicht schon länger wussten. Was aber interessant war, war mit Sicherheit, dass diese Kommentare eben diese Volatilität getriggert haben. Also man kann durchaus einen Kausalzusammenhang feststellen, dass die Kommentare von Paul hier seitens des Marktes entsprechende Volatilität begünstigt haben. Und ich schreibe es halt hier, also sie haben eigentlich nichts Neues beinhaltet, aber wenn man eben Equities sich anschaut, besonders Tech, also Nasdaq an der Stelle, Yields, also Zinsen, oder eben auch Gold, Rutsch unter die 1700er-Marke, dann scheint der Markt mindestens Hinweise in Richtung YCC erwartet zu haben. YCC steht an der Stelle kurz für Yield Curve Control. Also das bedeutet, dass man eine aktive Manipulation eben der Zinsstrukturkurve angeht, wo man im Grunde genommen sagt, wir deckeln den Zins und sagen, der Zins darf ein bestimmtes Niveau nicht mehr überschreiten. Wir setzen fest, dass der in einem bestimmten Band um zum Beispiel so und so 4% eben pendelt. Das ist eine sehr extreme Maßnahme, die der Notenmarkt auf den Weg bringen kann. Und der Markt scheint es bereits zu antizipieren. Also wenn ich mir die Entwicklung, wie gesagt, gestern anschaue, infolge dieser Enttäuschung, die Kommentare von Paul, die nichts Neues beinhaltet haben, also nichts Neues nach sich oder an Informationen beinhaltet haben, dann muss man eben sagen, scheint es nur eine Frage zur Zeit zu sein. Also anders formuliert, der Markt, der testet jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen die Belastbarkeit der Fed oder der von Jay Powell dann vielleicht an der Stelle als Fed-Chairman in diesem Moment. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Man sollte nicht erwarten, dass hier eben seitens des Fed-Chairman oder der Fed-Offiziellen generell das irgendwie gesagt wird, ja, wir machen das. Also man wird das eher verpacken. Man wird das irgendwie kommunizieren auf eine Art und Weise, die nicht jetzt irgendwie den Eindruck erweckt, dass man die Kontrolle verloren hat oder im Großen und Ganzen eben der wirtschaftliche Gesundungsprozess Post-Corona, dem Lockdown und dergleichen, dass der in irgendeiner Form doch nicht so nachhaltig ist, wie man das eben gerne sehen würde und wie man das eben in der Öffentlichkeit meint, kommunizieren zu müssen. Wobei eigentlich jedem, der sich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt, klar ist, dass wir weit davon entfernt sind, nicht nur von einem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Normal, sondern eben auch eine Gesundung des Arbeitsmarktes beispielsweise zu sehen. Stichwort Arbeitsmarkt. Heute übrigens NFPs, heute Nachmittag 14.30 Uhr, die allerdings, wie auch die letzten Monate schon, keiner gleich große Volatilität begünstigen sollten. Also außer natürlich, wir sehen einen brutal guten Datensatz, ist aber nicht unbedingt davon auszugehen. Dafür waren die ADP-Zahlen am Mittwoch zu normalen Anführungsstrichen, also nicht außergewöhnlich stark. Also lange Rede, kurzer Sinn, worum es geht, ist in diesem Zusammenhang, wir sehen jetzt noch ein bisschen das Testen der FED und dieser Kommentare von Paul, es spiegelt sich sehr deutlich auch wieder, was der Markt erwartet und wenn die Volatilität hoch genug wird oder stark genug anzieht an der Stelle, also an der Stelle kann man das beispielsweise hier im Wix sehen, der kurzzeitig gestern über die 30er-Marke zurücklief, das ist jetzt hier auf Tagesbasis, allerdings auch kein weiteres Momentum aufgenommen hat. Also der Markt beruhigte sich dann so ein wenig. Das ist so ein, zumindest kurzfristig so ein Zeichen, dass vielleicht, wie auch letzte Woche schon, in den Wochenschluss hinein so eine leichte Beruhigung aufkommt und die dann eben dazu beiträgt, dass wir eher eine Gegenbewegung sehen, im Nasdaq eben gegen diesen potenziellen Long-Trigger, weswegen ich dann zum Beispiel auch für Tech-Aktien grundsätzlich nicht so negativ gestimmt bin. Also wie gesagt, das, was ich gerade für News skizziert habe, das lässt sich auch auf andere Märkte anwenden, da können wir gleich noch einen Blick drauf nehmen. Ich habe eine andere Aktie noch vorbereitet, Palantir, also PLTR. Das ist eine super spannende Konstellation, die sich da darstellt. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht nochmal ganz kurz hier einen Blick auf den DAX. Der sich weiterhin jetzt nicht wirklich vorteilhaft präsentiert, aber immer noch recht solide, ehrlich gesprochen. Eben auch durch seine ganz so starke Abhängigkeit von Tech an der Stelle. Also was wir in diesem Zusammenhang sehen, wir verlieren zwar den Kampf um die 14.000. Wir haben gestern kurzzeitig hier zum Market Open, äh, nicht zum Market Open, sag ich schon, ähm, zum US Open, ähm, oberhalb von 14.000 Punkten eben notiert. Ich habe dann eben, ähm, den Tag einen Tag genannt und, ähm, hab mich erst mal so ein bisschen, äh, bin geistig ein bisschen runtergefahren, hab mich mal anderen Sachen gewidmet, hab dann allerdings abends nochmal reingeschaut, ähm, und war echt überrascht zu sehen, dass wir dann im DAX, das war dann eben 20 Uhr, so roundabout, dass wir so deutlich unterhalb der 14.000er Marke notierten. Das war eigentlich ein bärisches Signal. Ähm, jetzt sehen wir allerdings auch, dass wir nicht weiterverkauft werden. Also die 13.900, die kann aktuell zumindest noch verteidigt werden. Also nicht substanziell oder signifikant, aber ausreichend so, dass ich sagen würde, das ist eigentlich ein Signal, wo durchaus noch die Option besteht, dass wir die Woche im Bereich um 14.000 Punkte eben beschließen. Auch wenn die Struktur alles andere als attraktiv ist. Und ich glaube, es gibt wesentlich attraktivere Märkte gerade zum Handeln als den DAX. Aber, ähm, für, für, für diejenigen, welchen die den DAX auf dem Schirm haben, dass wir hier in den Bereich um 13.900, etwas tiefer, 13.850 Punkte, dass wir diesen eben nicht deutlich unterschreiten. Ähm, das ist eigentlich ein recht günstiges Signal. Und könnte, wie gesagt, sollte wirklich dieses Bild sich herauskristallisieren, dass Tech jetzt in den Wochenschluss hinein sich stabilisiert, ähm, könnte dazu führen, dass wir dann eventuell nochmal in Richtung der 14 zurücklaufen, vielleicht sogar in den Wochenschluss leicht oberhalb dieses Levels sehen. Auch wenn grundsätzlich natürlich aber tiefe Kratzer jetzt im bullischen Bild sind. Also wo ich jetzt zum Beispiel noch vorgestern, ähm, und kurz nachdem wir eben hier neue Allzeithochs, wenn auch nur marginal markiert haben, aber recht positiv war, hat sich das jetzt komplett eingetrübt. Also ich bin jetzt eher neutral im Zusammenhang mit dem DAX, erwarte vielleicht sogar, vielleicht eher sogar, selbst wenn sich heute der Markt beruhigender darstellt, eher in den kommenden Tagen nochmal einen Push auf der Unterseite und vielleicht mindestens einen Test der 13.700er-Region, eventuell sogar tiefer. Ähm, das heißt also, fühle mich alles in allem intraday dann wiederum aus der trading-technischen Perspektive mit Short-Engagements wohler. Also auch wenn die sich aktuell noch nicht ganz so günstig darstellen, also heute früh zum Beispiel habe ich gesehen, ich habe das ausgerechnet, dass wir im Zusammenhang mit der Open Range zum Beispiel knapp hier, ähm, oberhalb des CRV von 2 zu 1 gehandelt worden sind. Also das waren 5, 10 Punkte irgendwie so in dem Dreh. Von da drehen wir dann recht aggressiv zurück, laufen in Richtung eben der Open Range zurück. Aber, und das ist eben das, was intraday jetzt dafür spricht, dass eher weiterer Abgabedruck vielleicht zu favorisieren ist, beziehungsweise man in Bezug auf die Long-Seite vorsichtig sein sollte, wir handeln eben weiter unterhalb des EMA50 hier, auf 5-Minuten-Basis, unterhalb des Kassa-Obens. Das ist alles in alles in Summe einfach nicht wirklich günstig oder nicht wirklich bullish an der Stelle. Und deswegen ist die Short-Seite zu favorisieren, auch wenn es den Anschein macht, als wenn wir zumindestens für heute seitens der Bären nicht die Bäume in den Himmel wachsen sehen sollten. Und es eher so anmutet, als wenn wir es schaffen, die 13,9 zu halten. Abhängig viel sicherlich von den US-Märkten, wenn ich mich in Bezug auf Tech irre. Und da kommt nochmal so ein Flush, der uns vielleicht dann auch in diesem Zusammenhang in Richtung und auch vielleicht unter die 12.000er-Marke eben schiebt. Das sind zwar 400 Punkte, aber wenn die Volatilität stark genug wird und die entsprechenden Rotationen beginnen zu marschieren, in Anführungsstrichen, dann ist das durchaus ein ernstzunehmendes Szenario. Das würde natürlich der DAX auch an der Stelle, selbst wenn er den Tech-Sektor nicht so stark berücksichtigt, nicht retten. Also das ist anders formuliert, der würde infolgedessen dann auch sehr, sehr deutlich, weil unter die 13.900 fallen, würde potenziell neue Wochentiefs markieren und wahrscheinlich den Weg schon jetzt dann in den Wochen Schluss bereiten, Richtung der 13.700er-Region. Aber so weit sind wir noch nicht. Also wie gesagt, zunächst einmal bin ich für Tech in Summe eher positiv gestimmt, auch wenn ich die Long-Seite jetzt hier nicht für den DAX eben favorisieren würde. Ganz besonders nicht, weil wir eben weiter unterhalb des EMA50 eben hier auf der 5-Minuten-Basis traden. Und ja, soweit also die Einschätzung zum DAX. Kurzer Blick vielleicht hier mal auf den Euro. da zeigt sich jetzt, und das ist wahrscheinlich auch mit einer noch der Hauptgründe, der Haupttreiber vielleicht sogar, in Bezug auf Gold dann an der Stelle, unter 1.700 US-Dollar pro Feinunze gelaufen, dass der US-Dollar sich parallel dazu auch sehr stark präsentiert. Also gestern sind wir dann doch sehr deutlich unter die 1.20 gerutscht und sehen auch jetzt, dass wir die Gefilde um 1.19 anlaufen. Ich bin sehr gespannt, ob gegen diesen Bereich jetzt wirklich hier Nachfrage in den Markt kommt oder ob jetzt hier eventuell sogar ein Rutsch zurück unter die 1.19 stattfindet. Denn was in dem Zusammenhang zum Beispiel seitens der EZB, smart gemacht, es fällt mir schon schwer, das zu sagen, ehrlich gesagt. Aber im Vergleich zur FED, günstiger mit Sicherheit ist Folgendes, man hat eigentlich ein relativ klares Bekenntnis gemacht. Also klares Bekenntnis in Bezug darauf, dass man schon letzte Woche über Christine Lagarde, über den, ich glaube, Chefökonom Lane und dann auch über Frau Schnabel eben hier eine klare Kommunikation im Hinblick auf die weiteren Entwicklungen am Zinsmarkt eben gegeben hat. Weil man natürlich auch hier eine Aufwärtsbewegung gesehen hat und Schnabel hat zum Beispiel in den Wochen Schluss letzte Woche ganz klar gesagt, sobald anziehende Zinsen hier die Erholung in Bezug auf Corona, den Lockdown und dergleichen eben nicht beeinflussen, sondern gefährden, wird man aktiv werden im übertragenen Sinne seitens der EZB. Und das ist ein klares Signal, dass man Zinsen nicht über ein bestimmtes Maß laufen lassen wird. Also das ist eine ganz klare Kommunikation und das ist natürlich per se erstmal etwas, was für den zugrunde liegenden Euro dann an der Stelle eher bärisch ist, während man seitens der FED eher zurückhaltender agiert und eher so die Kommunikation wählt, naja, wir gucken mal. Also alles in allem sind wir wirtschaftlich auf einem gesunden Pfad jetzt wieder unterwegs und erholen uns recht gut und diese Entwicklung, die wir am Zinsmarkt zu sehen bekommen, hat im Grunde genommen damit zu tun, weil eben die Wirtschaft gesund ist. Ich denke nicht, dass das so ist, wenn man sich die Inflationsentwicklung anschaut, wenn man sich anschaut, wie die Geldmenge in den USA explodiert, wie viel Liquidität dort ins System gepumpt wird und dergleichen. Ich glaube eher, dass das damit zu tun hat, dass eben, und das hat die Bond-Auktion siebenjähriger Schuldtitel hat so vor Donnersau gezeigt, dass keiner mehr US-Bonds haben will und infolgedessen ganz natürlich dann ausgehend von der mangelnden Nachfrage nach US-Bonds eben dann US-Zinsen steigen. Aber im Gesamtkontext, aktuell ist das natürlich mit einer der Gründe, weswegen der Euro dann durch diese, ich sag mal, Zinsdeckelung, die schon recht klar kommuniziert worden ist, zeitgleich eben der US-Dollar diese Zinsdeckelung nicht erfährt, jedenfalls nicht rhetorischer Natur, dass das dann dazu beiträgt eben, dass der Euro zum US-Dollar sich hier entsprechend, wo haben wir ihn denn, da, eben unter Druck präsentiert und das macht denkbar, dass wir unter die 1,19 früher oder später rutschen könnten. In Summe muss man natürlich sagen, haben wir hier eigentlich einen Bereich, der sich wiederum für Long-Engagements anbietet, ehemalige Widerstandsregionen, etwas tiefer um 1,18, aber so die 1,19er-Region ist eben diese grün gestrichelte Linie ein potenzieller Long-Trigger, gegen den man erneut ein Aufdrehen eben erwarten könnte, was natürlich in dieser Konstellation aber auch Berücksichtigung finden sollte, ist, dass wir eine Sequenz vor allem nach hochsfallender Tiefs eben hier ausbilden. Und das ist natürlich etwas, besonders wenn man eben davon ausgeht, dass diese, nennen wir sie mal Welle A, hier, dupliziert nach dieser Welle B eben von da mindestens eine gleiche Länge haben sollte, sehr grob gesprochen, dass wir natürlich dann, aber dennoch Potenzial haben, deutlicher zunächst jedenfalls unter die 1,19 zu rutschen. Also das ist etwas, das sollte man im Hinterkopf behalten. Was sicherlich interessant ist, ist, was wir jetzt hier zu sehen bekommen, im britischen Fund zum US-Dollar. Also während die Volatilität im Euro weiter alles andere, oder US-Dollar weiter alles andere als herausragend ist, macht Fund Sterling, glaube ich, im FX-Bereich gerade schon Spaß. Wir sehen jetzt hier den Ausbruch aus dieser Trendkanalbegrenzung. Also ich hatte diesen Bereich als ersten Long im Grunde genommen in Betracht gezogen. Wenn du den Long handelst, dann bist du spätestens unterhalb der Tiefs an der Stelle von Dienstag. Das ist der Bereich 38,60, ja 38,50 ungefähr. Hast du deinen Stopp, wenn du diesen Bereich Long tradest, würde es jetzt ausgestoppt werden, aber das würde dich nicht davon abhalten, wieder über eine Long-Überlegung nachzudenken, denn das übergeordnet fundamentale Bild hat sich nicht geändert und dieser potenzielle Long-Trigger-Bereich um 37,50, der ist in Anführungsstrichen nicht weit und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir gegen diesen Bereich ein sehr starkes Aufdrehen sehen, besonders dann, wenn seitens der FED vielleicht auch diese Turbulenzen am Zinsmarkt dann auf ihrem Meeting übernächste Woche Mittwoch begonnen werden zu adressieren. Also das ist übrigens auch ein Hinweis, den hier jemand schrieb, den habe ich ganz ignoriert an der Stelle, aber das ist absolut etwas, das kann man auch hier sehen, ich habe da ein Like für gegeben, ich denke, wir sehen spätestens einen Kauf von langfristigen Anleihen Mitte März beim FOMC-Medium oder beziehungsweise die Ankündigung, Ausweitung beziehungsweise Ankündigung eben dieses Zinscaps und dass die Märkte abkühlen ist normal und beunruhigt die FED eben noch nicht, das ist auch genau die Kommunikation, die sie in der Stelle gewählt hat, also das heißt, wenn man sich das mal im Gesamtkonto jetzt anguckt, dann haben wir im Grunde genommen einen Tropfen auf den heißen Stein gesehen, also der Nährstack, der ist innerhalb von jetzt zwölf Monaten im Grunde genommen von den Corona-Tiefs in hoch über 100% gelaufen, wenn der jetzt mal 10% korrigiert, da wäre es mal ganz gut, dass der mal eine Korrektur sieht, also jemand, der sich auch nach der Devise by the dip eben positionieren will, der würde so einen Rücksetzer, der sieht den jetzt auch sehr gerne, der betrachtet auch die aktuelle Region, wie gerade eben dargestellt mit Sicherheit als längerfristig interessanten Bereich, um sich im Tech-Bereich zu positionieren und jetzt ist allerdings genau der absolut richtige Hinweis, wenn eben die Bond-Renditen weiter steigen und dann in diesem Zusammenhang die Wirtschaftserholung gefährdet wird, wie auch jetzt hierzulande bereits im Hinblick auf die EZB-EU kommuniziert, dann ist das eben etwas, was sie dazu veranlasst wird, einzugreifen. Und genau so stellt sich die aktuelle Konstellation dar und dieses FED-Meeting eben am 17.03. bietet sich dafür regelrecht an, möchte man fast schon sagen. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier eine etwas tiefere Korrektur noch sehen, der erste Versuch hat nicht funktioniert, aber tiefer wird es nochmal attraktiver aus Chancen-Risikofeldnistechnischer Perspektive mit von Sterling Long gegen eben diesen Bereich, gegenüber dem US-Dollar, weil ich nämlich davon ausgehe, dass das eben nur eine kurzzeitige Geschichte sein wird, dass der US-Dollar derzeit so aufbegehrt, was übrigens auch wiederum im Zusammenhang mit Gold dann beginnt, eine Rolle zu spielen. Wie gesagt, wir sind weiter abtropfend unterwegs. Wir sind auch sehr stark, ich finde, extensiert. Wenn man alleine nur mal überlegt, dass wir ausgehend hier von den Jahreshochs, die wir am Anfang Januar markiert haben, jetzt fast, fast 300 Dollar korrigiert haben in einem eigentlich mega bullischen Gesamtumfeld, wie sich Gold darstellt. Und aktuell der Haupttreiber für diese bierische Vorstellung wirklich nur der anziehende Zins ist und die fallen real drin, also steigen in dem Fall, Realrenditen. Also das bedeutet etwas anders, die Inflationserwartung steigt an, während der Zins zeitgleich ebenfalls ansteigt, aber die Inflationserwartung an der Stelle eben ist nicht in der Lage, diesen Zinsanstieg zu kompensieren. Und genau diese Konstellation ist eben für Gold etwas zutiefst bärisches, wie wir es schon diverse Male in diversen Korrelationsbetrachtungen gezeigt haben. Und nichtsdestotrotz, wir sehen einen Schuldenexzess, wie er noch nie stattgefunden hat. Wir sehen eine Notenbank, in dem Fall die FED, die Liquidität, ohne wenn und aber in die Märkte pumpt. Gold ist im ersten Moment natürlich als zinsloses Investment, in Anführungszeichen, oder zinsloses Asset, natürlich unattraktiv. Aber nichtsdestotrotz ist das makroökonomische Bild weiter ganz klar auf der Seite von Gold. Und desto tiefer jetzt der Markt läuft und korrigiert von diesen Aufschlägen, die wir hier seit den Corona-Tiefs gesehen haben, wo wir noch um 1.450 US-Dollar pro Feinunze eben ausgetaubt sind. Umso aggressiver wird eine potenzielle Gegenbewegung. Das gilt ganz besonders in just jenem Moment, wo genau solch eine Manipulation seitens der FED kommuniziert wird. Also YCC, Yield Curve Control. Und ja, also in diesem Zusammenhang ich bin immer noch willens, hier in den aktuellen Gefilden zu kaufen. Also bedeutet 1.675, 1.680, 1.685 US-Dollar pro Feinunze scheint mir eine Region zu sein, in die ich mir nicht nur vorstellen könnte, dass es noch gehen könnte. Also vielleicht durch heute sehr starke NFPs beispielsweise. Ein kleiner Spike in den Zinsen, der dann Gold nochmal einen kurzen Schub auf der Unterseite gibt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wir initial mindestens ausgehend von diesem stark überdehnten Modus eine sehr starke Gegenbewegung sehen. Ob wir dann bullisch ausbrechen aus diesem Abwärtstrendkanal. Das bleibt natürlich abzuwarten. Aber, da ich eben hier einen recht guten Einstieg in diesen Bereich bekomme mit kleinem Risiko an der Stelle, welches ich, ja, wie würde ich das definieren? Also ich würde mal sagen, ich würde tatsächlich mir vorstellen können, das Ganze mit maximal 50 Dollar pro Feinunze abzusichern an der Stelle. Also ich habe es jetzt nicht genau kalkuliert, aber das wäre wahrscheinlich valide. Dann hast du recht zügig wahrscheinlich eine Gegenbewegung von mindestens 2, 3 eher in dem Bereich, die es dir auch legitim ermöglichen, den Stop mindestens auf Break-Even zu trailen und dann einfach zu sagen, jetzt bin ich in einem Free-Roll, jetzt gucken wir einfach, ob wir diesen Ausbruch zu sehen bekommen. Und wenn es halt noch eine tiefere Korrektur geben soll, dann wird es eben noch eine tiefere Korrektur. Also das heißt, aber an der Stelle bin ich aus dem Risiko raus. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, ich sehe den Modus hier schon sehr, sehr stark überdehnt auf der Unterseite. Ich glaube, wir sind nah am Boden und könnten Zeiten an der sehr scharfen Gegenbewegung sehen. Ich sehe das auch weiterhin, ehrlich gesagt, wenn ich mir zum Beispiel stark positiv zu Gold korrelierte Einzeltitel anschaue, also zum Beispiel hier, in dem Fall wieder ein Blick auf Barrick, Gold wird weiter abverkauft, aber Barrick scheint im übertragenen Sinne seiner Zeit so ein bisschen voraus zu sein. Also die Abschläge der jüngeren Vergangenheit hier, die zeigen, dass Barrick nicht nur sehr, sehr stark gelitten hat, sondern eben auch aktuell sich relativ stabil präsentiert, trotz dieser Abschläge am Goldmarkt. Und das ist vielleicht so ein Indiz dafür, dass da mindestens eine Gegenbewegung zeitnah eben anstehen könnte und durchaus etwas, was eben hier eine Rolle spielt. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, Dividende haben sie gezahlt, 9 Cent gegen 8 Cent. Haben sie sogar leicht, ne, Moment, stimmt nicht, stimmt nicht, die haben die Dividende erhöht, genau, die haben sie erhöht, hier für Q3 und dann hier Q4. Ist eventuell auch mit einer der Gründe, wo die Abschläge dann an der Stelle eben noch ein bisschen herkommen, weil die 9 Cent sich natürlich dann entsprechend im Kursverlauf widerspiegeln, die werden entsprechend im Abschlag gehandelt. Aber, also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin mehr und mehr positiv für Gold, auch kurzfristig dahingehend, dass ich glaube, dass wir früher oder später eine relativ scharfe Gegenbewegung eben erwarten sollten. Wie gesagt, die FED übernächste Woche, Mittwoch, mit ihrer Notenbankentscheidung könnte da das Zünglein an der Waage sein. Spätestens, glaube ich, wenn wir hier dieses letzte relative Hochschaffen rauszunehmen, um 7,22, 7,25, aller spätestens 7,40, glaube ich, wird dann auch hier auf der Stundenbasis diese Abwärtsstruktur gebrochen und macht es denkbar, dass wir sehr zügig in Richtung der 1800er Region mindestens zurücklaufen. Wie gesagt, das ist einmal das kurzfristige Szenario, längerfristig gehst du davon aus, dass wir hier in diesem Zusammenhang eine Konstellation sehen, wo du einfach in diesem Fall von einer Flagge sprichst, die dann eben früher oder später bullisch gebrochen wird, auch wenn das wirklich bullische Signal weiterhin eigentlich erst mit Überwinden der 1.975 geliefert würde und das, glaube ich, das wird noch ein bisschen dauern im aktuellen Umfeld. So, jetzt haben wir eine ganze Menge zu Devisen Gold, auch in einem Einzeltitel. Jetzt will ich euch noch ganz kurz eine Idee präsentieren, die bei mir gerade eine Rolle spielt und zwar eine Aktie Palantir und ich will euch auch zeigen, warum das spannend ist. Einen Augenblick, ich gucke mal ganz kurz. Ja, was soll ich machen? Ja, man wächst, man reicht eine Hand an Leedschreibt und das aus dem Mund von Jens, ein Lob für die EZB. Ja, ja, was soll ich sagen? Schön, dass es auffällt. Okay, zu Buzz, guten Morgen, zu Buzz haben wir was gesagt. Sehr schön, okay, dann dürfen größtenfalls die Fragen beantwortet sein. Ja, ich möchte euch jetzt ganz kurz ein bisschen was zu Palantir erzählen, weil ich glaube, dass hier eine sehr, sehr spannende Konstellation sich herauskristallisiert, in dessen Mittelpunkt dieser Bereich liegen dürfte. Das ist eine Region um 25.30, 25.50. Das Unternehmen hat alles in allem, ich glaube, darf man so schon sagen, also recht solide eigentlich berichtet. Hier zwar Earnings Per Share an der Stelle, der jetzt nicht so besonders ausgefallen ist, aber die Revenue Guidance alles in allem war verhältnismäßig gut und besonders, wenn man das dann in der Konstellation betrachtet, ich gucke mal kurz, dass wir eben ausgehend von diesen Hochs, die Ende Januar markiert worden sind, hier um 45 Dollar, Pi mal Daumen, schon eine Korrektur gesehen hat von nunmehr nahezu 50 Prozent, im Gesamtkontext schwer zu rechtfertigen. Also das heißt, aktuell besonders wahrscheinlich deswegen am Leiden, weil eben der Zins anzieht, das belaste Growth Titel und das bedeutet eben grundsätzlich für den Tech-Markt und dann Titel, die sehr, sehr stark gelaufen sind, eben ein sehr, sehr starkes tiefes Korrekturpotenzial. Jetzt sehen wir aber mehr und mehr, das kann man hier erkennen, dass wir in den Stabilisierungsmodus übergehen. Also ich hatte die Aktie tatsächlich schon diverse Male, auch in der Vergangenheit, auf dem Schirm. Bis dato ist das allerdings tradingtechnisch im Break-Even-Bereich größtenteils rausgelaufen. Also mal ein kleiner Gewinn, mal ein kleiner Verlust, aber so wirklich angesprungen ist die Aktie nie. Den Trade hier, das war, oh, jetzt muss ich mal kurz gucken, Moment, Verzeihung, was ist der 22., 23.? Nee, das war hier. Ja, das war hier. Das war der 19. Da hatte ich einen Gameplan formuliert mit dem Stint, der da stattgefunden hat, kurzzeitig in Richtung der 30er-Region. Bedauerlicherweise habe ich aber den Gameplan nicht umsetzen können, weil ich zu diesem Zeitpunkt gerade in einem Webinar war. Das war ein Freitag. Das war extrem ärgerlich. Ich habe davor gesagt, ich dachte mir so, jetzt hast du den Gameplan, du hast ein Szenario konzipiert und hast das nicht traden können, weil du einfach nicht schnell genug die Order im Markt hattest. Du warst abgelenkt, so normalerweise legst du dann die Order in den Markt. Ich habe die Order aber nicht in den Markt gelegt gehabt, weil ich eben nicht davor gesessen habe, nicht aufgepasst habe, beziehungsweise abgelenkt war, distracted. Also, gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Das wäre auf jeden Fall etwas gewesen, als hätte das gesamte Experiment in Anführungsstrichen oder Kapitel Palantir auf jeden Fall schon mal positiv gestalten können. Nunmehr, jetzt ist allerdings die Sache die, dass ich mir schon damals die Frage gestellt habe, ist das nicht eventuell dann ein potenzieller Swing-Gedanke, wo du versuchst, die Aktie im Grunde genommen hier zu kaufen, in diesen Gefilden 25, 24, dieser Region, ausgehend von übrigens auch der Price Action, die da in der jüngeren Vergangenheit stattgefunden hat, und dann darauf zu spekulieren, zwar einerseits ein Teil Intraday zu traden, auf eine schärfere Gegenbewegung, aber dann auch längerfristig das Ganze zu spielen, in Erwartung eines deutlichen Laufs zurück über die 30er-Region. Und dann habe ich in Folge dessen hier dieser Price Action, habe ich das beobachtet und dachte mir, das sieht jetzt aber nicht so vielversprechend aus, mal nett formuliert. Also, das war jetzt nicht das, was ich erwarten würde. Also, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das die Initialzündung ist, hier am 19. dann und dann auch in der Folgewoche, wo das nochmal einen Test auf die 30 gab, dass das die Initialzündung ist für diesen Lauf über die 30. Stattdessen sehen wir dann eben diese erhöhte Volatilität, letzte Woche, am Dienstag besonders durch den Nasdaq und dann hier auch in den Wochenschluss hinein, am Donnerstag letzte Woche und am Freitag, wo wir dann nochmal tiefere Tiefs markieren, wo wir zeitweise sogar unter 23 Dollar die Aktie laufen und hat also jetzt erstmal dafür gesorgt, dass die Aktie begonnen hat, so ein bisschen ins Hintertreffen zu rücken bei mir. Ich habe aber immer noch dieses Szenario, also wonach ich den Drücklauf über die 30 sehe. Ich warte aber jetzt an der Stelle eben auf ein Szenario, was sich herauskristallisiert, welches eben hier sich auch charttechnisch dann präsentiert. Also das heißt, du hast dann auch entsprechend die Information, es fällt gerade ein, wir sollten mal hier ganz kurz das Volumen einblenden. Da siehst du nämlich zum Beispiel hier dieses erhöhte Volumen in diesem Bereich, was da stattgefunden hat. Das ist eigentlich ein bullisches Signal, besonders eben, weil du hier auch durch diese grünfarbenen Balken, das ist natürlich nicht so aussagekräftig, weil wir eine Stunde betrachten, aber du kriegst das Signal seitens des Marktes, die Zahlen im übertragenen Sinne den Spread. Also das heißt, die Nachfrage ist hier wirklich sehr stark gegeben in diesem Bereich. Und es ist dann eben, jetzt in dieser Konstellation ist das eben so, dass das dann überrascht, diese bierische Action, aber eher das übergeordnete Bild betrifft. Und jetzt ist was passiert, und zwar schon die gesamten letzten Tage eigentlich seit Montag hat die Aktie hier versucht immer wieder die 25,50 zu überwinden. Angestoßen, abgeprallt. Angestoßen, auch gestern, angestoßen, kurz drüber gelaufen, dann kam dieser bierische Druck in den Abend hinein, erneut abgeprallt, zurück in Richtung der 23er-Region gelaufen, aber hat verhältnismäßig stark geschlossen eben, also oberhalb von 24, unterhalb dieses Levels. Und das sieht jetzt verstärkt danach aus, besonders in der Gesamtkonstellation. Also diese Aktie stark unter Druck, wahrscheinlich durch den übergeordneten Abgabedruck, den wir eben sehen. Nasdaq beginnt sich aber zu stabilisieren, potenziell im Bereich eines Longtriggers. Und das bedeutet jetzt etwas anders formuliert, dass ich mir eine Alarmlinie hier in den Chart legen würde, um 25,30, 25,50 und dann wie folgt agieren wollte. Ich würde jetzt nicht den Break mit einem Buy-Stop sofort kaufen, sondern was ich sehen möchte, ist im übertragenen Sinne, da gehe ich jetzt mal noch eine Zeitebene runter, vielleicht 15 Minuten. Was ich jetzt hier sehen möchte, ist, dass wir diesen Bereich nicht nur anlaufen, sondern dass wir ihn brechen und dass wir oberhalb dann eine Akkumulation sehen. Also sprich, die Aktie läuft drüber über diesen Bereich. Also nochmal, ich mache mal hier 25,30 bis 50. Ich würde wahrscheinlich eher von der 50 an der Stelle sprechen, oberhalb der ich das sehen will, aber das wird sich dann zeigen durch die jeweilige Konstellation, wenn dieser Lauf stattfinden sollte. Und dass wir dann hier in diesem Bereich eine enge Konsolidierung sehen, oberhalb der 25,30. Also das bedeutet etwas anders, nicht, dass wir in einem straighten Weg durchlaufen auf der Oberseite und den Breakthrough sehen. Das wäre das ungünstigere Szenario, weil dieses Szenario, was ich jetzt gerade hier skizziere, eben ein besseres CRV nach sich zieht. Aber das ist das, was ich jetzt gerne infraday sehen wollen würde. Dass wir über diesen Bereich laufen hier und dann oberhalb von 25,30, 25,50 uns halten können. Dass wir unter entsprechend vielleicht auch anziehendem Volumen hier entsprechend eine Konsolidierung ausbilden, die zeigt, dass wir jetzt wirklich hier einen Boden vollzogen haben. Dass es wirklich eine Bodenbildung stattgefunden hat. Und dann würde man im Grunde genommen diese Konsolidierung und diesen Break über dieses technisch signifikante Level, welches hier auf jeden Fall erkennbar ist, durch die diversen Läufe, die wir über diesen letzten Tage zu sehen bekommen haben und entsteht ein Abprall. Das ist ein signifikant, technisch hochsignifikantes Level. Bruch drüber, Schluss drüber, Konsolidierung oberhalb, also Akkumulation, die stattfindet. Das wäre dann durchaus etwas, was man als Long Setup eben formulieren könnte. Auch mit einem klarkalkulierten Risiko, weil du nämlich aus solch einer Konsolidierung natürlich sofort weißt, wo bist dein Trade falsch? Also allerspätestens unterhalb des Ausbruchlevels, also 25,30 Pi mal Daumen. Und wenn du den Trade dann, sagen wir mal, um 25,80 vielleicht kriegst, vielleicht 26 in den Gefilden, dann hast du natürlich ein phänomenales CRV. Wenn du davon ausgehst, dass sich das übergeordnete Bild dann dahingehend auflöst, dass wirklich die Aktie hier, ausgehend von den präsentierten Zahlen und auch ausgehend von der übergeordneten weiterhin vorteilhaften Situation für den Growth-Tech-Bereich generell, dass das eben entsprechend hier sich positiv ausgeht und du den Rücklauf deutlich über 30 erwartest für die kommenden Tage, dann hast du aus solch einer Konstellation, aus der untergeordneten Zeitebene bei einem Risiko von 50 Cent, vielleicht 80 Cent maximal pro Aktie. 80 ist schon eine ganze Menge, ehrlich gesagt, wenn ich mir überlege. Da können wir auch mal kurz einen Blick drauf werfen. Finwiz. Palantir ist übrigens auch ein Titel, welcher bei Reddit extrem aggressiv thematisiert wird. Also Palantir und zwar hier, das ist interessant, weil der Shortflow gar nicht so hoch ist. Super übrigens Liquide an der Stelle hier. Shares Float, also das heißt ausstehende Aktien, 1,06 Milliarden, recht enger Stopp. Market Cap 43 Milliarden, also das bedeutet, dass das Volumen hinter, also das hat eine breite Masse, die das einfach Interesse weckt. und ATR hier 3,30. Also 3,30, wenn ich da mit einem 20% ATR Stopp arbeite, dann habe ich, wie gesagt, einen Stopp von maximal 70 Cent eigentlich. Deswegen sind 80 Cent schon relativ viel. Aber zurück zu dem Gedanken. Also sollte sich diese Konstellation eben hier herauskristallisieren und du kommst in einen Trade rein, der eben an der Stelle beispielsweise 50 Cent Risiko hat und aus solch einer Konsolidierungszone eben rausgeht, das ist dein Risiko. Und du gehst auf der Oberseite eben auf dann 30 Dollar, dann siehst du ja schon sehr vor von 8 zu 1 teilweise. Also das kann eine super attraktive Chance-Risiko-Verhältnis-Technisch sehr, sehr attraktive Angelegenheit eben werden. Weswegen auch ausgehend von dieser Signifikanz und diesem Auf-meiner-Watch-List-Sein schon seit geraumer Zeit jetzt, seit einigen Tagen, seit zwei Wochen eigentlich schon und diesem klaren Level, was sich jetzt hier herauskristallisiert auf der Oberseite, ist das super interessant, glaube ich. Also ein PLTR ist besonders, wenn sich eben der Tech-Sektor beginnt zu beruhigen und dann in Kombination hier Chance-Risiko-Verhältnis-Technisch, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Angelegenheit. Und was noch wichtig ist, und das ist etwas, was ich hier schon vorbereitet habe, der ein oder andere erinnert sich vielleicht, ich hatte vor einiger Zeit, also letztes Jahr, genau, Ende letzten Jahres, 27. November, hatte ich einen Blogartikel veröffentlicht und da ging es um die Frage, hat die Börse ein Gedächtnis? Und ich hatte in diesem Zusammenhang diesen Anchored-WeWarp-Gedanken präsentiert. Also das bedeutet, ich stelle mal den Anchored-WeWarp-Blog, so, stelle mal hier in die Chatbox, der steht auch dann in der Description-Box. Unter dem Video, sobald das Meeting vorbei ist. Und dieser Anchored-WeWarp-Gedanke, den habe ich eben hier erklärt, was dahinter steht, kognitive Verzerrungen im Trading und dergleichen, die dann eine Rolle spielen, der sogenannte Anker-Effekt, daher auch Anker, Anker. Und ich habe hier in dem Zusammenhang verwiesen auf eine weiterführende Quelle, das ist allerdings englischsprachig, von Brian Shannon, von Alpha Trends. Und ich folge Brian Shannon übrigens auch bei Twitter. Und ich bin gestern über einen Tweet von ihm aufmerksam geworden, hier Trendspider, das ist dann diese Basis, wo er diesen Anchored-WeWarp eben berechnet, an der Stelle. Er hat hier sich die Aktie von PLTR interessanterweise angeschaut, also nicht, dass wir uns abgesprochen hätten, er hat die auch auf dem Schirm. Und worauf verweist er? Er verweist darauf, dass wir aktuell hier im Bereich des Anchored-WeWarp eben tatsächlich handeln. Er sagt auch tatsächlich, dass das hier, also wirklich ein Paradebeispiel in der Fügungstrichen, für kognitive Verzerrung ist, so diesen Anker-Effekt und die Signifikanz dieses Bereiches. Er schreibt hier, PLTR has become a cult-like stock, also eine Kult-Aktie im übertragenen Sinne. Ask most people what they do. Also du kannst die meisten Leute fragen, mich übrigens eingeschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen, also so intensiv habe ich mich mit PLTR nicht auseinandersetzt. Wenn ich gefragt würde, was macht PLTR, dann würde ich sagen, naja, die machen Data Science im übertragenen Sinne, haben als ersten Auftraggeber, als 2004, 2005 gegründet worden sind, haben die das US-Government gehabt. Ja, und infolge des immer fortwährend, größer werdenden Einflusses von Daten und der Weiterverarbeitung von Daten scheint Palantir durchaus eine Hot Stock gerade zu sein, also einem potenziellen, interessanten Bereich einfach tätig zu sein. Scheiße. Ja, something they do with big Government Data. Ja, irgendwie so. Also im übertragenen Sinne, aus dem, was ich gerade gesagt habe, was ich auch sagen würde. Und ob der CEO jetzt famous ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, und das ist das, worauf dieses Anchor-Rework-Prinzip abzielt. Wir laufen in diesem Bereich und wir laufen auf diesem potenziellen Anker und wir konsolidieren in diesem Bereich. Wir sehen eine Akkumulation. Also aktuell verlaufend eben um roundabout 24 Dollar. Und das Interessante ist jetzt eben, wenn ich das hier nutze, dann ist das potenziell ein Bereich, den ich durchaus erwarten darf, eine stärkere Nachfrage eben auf den Weg zu bringen. Was bedeutet, dass wenn ich das in diesen Gesamtkontext eben lege, dass die Wahrscheinlichkeit noch einmal in unsere Richtung unterstrichen wird, dass es wirklich zu dieser scharfen Bewegung zurück in Richtung und über die 30er-Marke kommt. Und das, was den Trade eben, wie gesagt, so attraktiv werden machen würde, ist die Signifikanz dieses Levels und das klar definierte Risiko. Also du weißt, unterhalb solch einer Konsolidierung hast du deinen Stop. Du kannst relativ klar, deutlich dein Risiko kalkulieren. Hast nach oben eine Chance, die ein Vielfaches davon beträgt. Also klassisch das, was wir eben als Trader machen. Und ja, also das im Zusammenhang mit PLTR, damit ihr da auch vielleicht mal so eine Idee bekommt, wie man so etwas dann kombinieren kann. Also, dass das Sinn macht. Ja, die Blogartikel im Zusammenhang mit diesem Anchored WeWarp beziehungsweise das Grundkonzept WeWarp an der Stelle, wie man eben dann Chart-Analyse hier mit den aktuellen Entwicklungen auch aus dieser Buzz, schließt sich der Kreis, eben diese Social Media Activity, Palantir ist zum Beispiel auch eine sehr intensiv diskutierte Aktie im Zusammenhang mit Reddit beispielsweise. Das ist alles in Kombination einfach etwas, was gerade zeigt, dass diese Aktie extrem spannend ist und für mich spannend ist. Wie gesagt, also das globale makroökonomische Bild auf der einen Seite und wenn sich jetzt, wie gesagt, diese Stabilisierung im Nasdaq herauskristallisiert, dann könnte, wie gesagt, im PLTR da durchaus eine sehr, sehr interessante Konstellation sich herauskristallisieren. So, ja, das wäre es erstmal gewesen an der Stelle. Ich hoffe, dass ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Für alle diejenigen, die neu dabei sind, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal und auch das, bitte stimmt für mich ab. Ich bin immer noch bei der Black Bull Award Wahl. Ich will das mal ganz kurz hier reinstellen. Black Bull Award 2021 stehe ich immer noch zur Wahl und würde mich freuen, wenn ihr da für mich abstimmen würdet. Ich weiß, viele haben schon abgestimmt. Ich bin euch zutiefst dankbar an der Stelle und also hier einfach, wie du für mich abstimmen kannst, einfach hier unter Trader auf dieser Seite dann mich auswählen, einmal den Vornamen eingeben an der Stelle. Hier stehe ich, da ist der Trader. Hoppala, so, hier ist der Trader, das bin ich. Dann einfach den Vornamen und die E-Mail-Adresse einfach abschicken. Ich würde mich riesig über deine Stimme freuen. Ja, und das soll es erstmal meinerseits gewesen sein. Wir hören uns wieder nächste Woche am Dienstag. Montag bin ich wieder bei Admiral um 10 zum Punkt 10 und es gibt dennoch ein Trading Tutorial. Wir werden auch im übertragenen Sinne ein bisschen was in dem Zusammenhang nochmal zum Thema Anchored WeWop haben. Das ist nämlich dann der Two-Day WeWop, dem wir uns widmen wollen, am Beispiel Tilray. Die Idee ist die gleiche im übertragenen Sinne. Also man kann einige sehr, sehr interessante Gedanken basierend darauf eben formulieren auf diesem Anchored WeWop-Gedanken. Wie gesagt, normalerweise gucke ich mir den WeWop Intraday an, weil ich einfach sehen will, was passiert Intraday ausgehend vom täglich gehandelten Volumen. Wenn ich das auf zwei Tage ausdehne, gucke ich mir schon die letzten zwei Tage an, aber die Referenz und ausgehend von dann den Gedanken, wie sich da auch durch entsprechende News eben formulieren lassen, hast du im übertragenen Sinne einen ersten Schritt in Richtung Anchored WeWop eben tatsächlich gemacht. Also das ist das Tutorial, welches wir am Montag dann um 11 auf dem YouTube-Channel hier einlaufen sehen und so weit meinerseits. Also happy trading. Pass auf eure Stops auf. Wir hören uns wieder dann nächste Woche am Dienstag zum Morning-Meeting oder bereits am Montag um Punkt 10. Schaut euch gerne das Tutorial an. Wir lesen voneinander im Forum. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. bis dann. Bis dann. Vielen Dank.